Reeper Verstehe. Ihr Standpunkt in Ehren, Mr. Webley, aber Sie können nicht einfach andere Leute hacken, ohne deren Erlaubnis runterschneiden. Ja, so ist es wohl. Ja, so ist es wohl. Danke. Danke. Alles klar. Mr. Webley, ich nehme an, Sie haben für dieses Gewehr einen Waffenschein? Für das da schon. Für das da schon. Was meinen Sie mit für das da? Boah, bei der Macht von Grayskull. Wo haben Sie das ganze Zeit her? Hier hinten. Gefunden. Und was? Ist das eine Seemine? Hey. Mr. Webley, das ist eine ziemlich gefährliche Sammlung. Ein Wunder, dass bisher niemand verletzt wurde. Hey, 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 schratt. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Das war eine reiche Ausbeute heute, Constable Butterman. Ich habe auch schon eben überlegt. Das wäre ja eigentlich ein Grund zu feiern. Oder gießen Sie wieder Ihre Friedenslilie. An was haben Sie dabei gedacht? Keine Ahnung.